Die Blackbox aus Zambia ist weit herumgekommen. Die DIA hat Navigationsdaten entnommen. Viele davon weisen nach Nigeria. Im Niger-Delta wurde zuletzt viel Aktivität registriert. Scheint so, als hätte die CIA bereits jemanden im Land, um die PMCs zu überwachen. Watchgate gibt vor, Sicherheitsdienste für Ölfirmen zu leisten. Aber das scheint nicht alles zu sein. Die Typen mischen bei Raffinerien mit, operieren in kleinen Dörfern. Sie destabilisieren eine ohnehin instabile Gegend. Wir wollen wissen, warum. Ein CIA-Agent namens Sykes hat ein paar Infos zur dortigen Situation geliefert und ist seither stumm. Langley versucht, den Kontakt wieder herzustellen, aber ohne Erfolg. Sie gehen vom Schlimmsten aus. Wir müssen Officer Sykes finden und rausholen. Egal in welchem Zustand. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier. Neuer Einsatzort ist Nigeria. Missionsname ist Noble Tempest. Und Missionsziel ist es, den CIA-Agent Daniel Sykes zu finden und ihn sicher zu bringen. Okay. Im Standardmodus können Sie diese Drohne mit geringer Infrarotsignatur zum Ausspähen von Feindpositionen nutzen. Sie ist Ihr Auge am Himmel. Ja, und diesen wählen wir aus, indem wir hochscrollen oder runterscrollen. Mit sechs startet die Maschine. Und wir können mit, äh, mit Störkreuz und DASD können wir auch die Drohne stören. Wenn Sie sicherer zielen wollen, brauchen Sie eine stabile Schussplattform wie diese. Damit tauschen Sie Mobilität gegen Genauigkeit. Ja, das ist ein Zweibein. Dankeschön. Sie haben es mit Profis zu tun und die Raffinerie ist leicht zu verteidigen. Aber diese Söldner sind nachlässig geworden. Ich würde ein leichtes MG mit Zielfernrohr einpacken und einen Karabiner mit Schalldämpfer als Ersatz. Dann vertrauen wir unserem Sarjit mal und starten einfach mal die Mission. So, Deckung bietet besseren Schutz und eine optimale Schussposition. Und ist daher eine liegende Position auf freiem Feld vorzusehen. Und, blablabla, nach einem Simultanschuss ermöglicht Ihnen Ihre Reaktionsfähigkeit, weitere Ziele in der Nähe in Zeitlupe auszuschalten. Aha. Okay, dann nutzen wir mal den Simultanschuss. Öfter. Sehr öfter. Immer. Eine schallgedämpfte Waffe hilft Ihnen, in der Aufregungsphase unentdeckt zu bleiben. Aha, logisch, oder? Wenn man mich nicht hört. Waffen ohne Schalldämpfer sind blöd, sagt das Spiel. Nein, sagt es nicht. Deckung bietet besseren Schutz. Das haben wir schon gelesen. Komm, lade schon nun schneller. Wir können uns abrollen, oder wie es gesagt zur Seite rollen, indem wir D und A antypen. Okay. Und es geht los. Noble Tempest, 77, Afrika-Nigeria. Der CIA-Mann ist das Primärziel. Holen wir ihn da raus. Ah, gut, dass wir heimlich hier sind. Klappe, Birdie. AR-Einschalten. AR-Einschalten. Sieht aus wie eine spezielle Einheit, aber wir lassen uns davon nicht imitieren oder einschüchtern. AR-Einschalten. 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 So, Zieh auf die SIX-Retom. So, Drohne ist verfügbar. Drücken wir mal auf die 6 und starten die Drohne. So. Da sind vier Gegner. Da sind vier Gegner, okay. Okay. Wir werden den neuen Anwohnern Fragen stellen müssen. Die Drohne wird abgesetzt. Macht euch bereit. So, gehen wir mal mit Pepper mit. So. Ich bin bereit. Ich nehme mal den linken. Okay. Los, Ray. Wo ist der Amerikaner? Es gibt keine Idee. Die Raffinerie in einem Frachtcontainer. Wir haben richtig daneben geschossen, aber lassen wir das mal. Overlord, unser Paket ist in der Raffinerie. Wir sind unterwegs. Verstanden, Hunter. Wir leisten Unterstützung. Achtung, es sind viele Zivilisten in Ihrem Bereich. Zielen Sie genau. Roger. Sieht nach zwei Schütten. Sieht nach Lori. Sieht nach hinten. Sieht nach uns? Sieht nach Schblazer. Sieht nach uns? Sieht nach untertitelt. Stop! Stop! Someone puntos kilo her. So, stop! Sieht nach Levin. He quer ihn nach? Achtung, es geht nachille. Von Schlaả Extreme vor. K basketball kühle chancepielt. So, gehen wir mal einfach weiter und gucken wir mal, hm. Oh. Wir sind hier oben. Wir sind hier oben. Wir sind hier oben. Wir sind hier oben. So, gehen wir mal. Wir haben uns einen NSA-Satelliten geborgt. Sie positionieren ihn um. Moment. Na bitte, ich erkläre es Ihnen. Es wird dauern, bis wir alle Details sehen. Aber das sind Aktivitäten, von denen Sie wissen sollten. Wir wissen, dass viele Watchgate-Operationen von hier ausgehen. Es ist ein ausgedehnter Komplex mit vielen Gebäuden. Unsere Jungs haben Bewegungs- und Handyprofile erstellt. Die Daten lassen vermuten, dass Agent Sykes in diesem Bereich festgehalten wird. Sykes hat einen Sonderauftrag. Wenn sich jemand auf Fangen und Verhören versteht, dann er. Wir wissen nicht, wie es ihm geht. Also seien Sie bereit, ihn rauszutragen, wenn es erforderlich ist. Teile des Camps sind verdeckt. Vielleicht eine Art Hangar. Wir können den Container nicht exakt orten. Wir sollten ihn von hier aus mit Drohnen oder Magnetsicht aufspüren können. Wir finden ihn. Alles klar. Die Söldner scheinen nicht mit Ärger zu rechnen. Ich sag dir was, Mann. Ein paar eiskalte Bastarde spielen da rum, während ihre Freunde Zivilisten abschlachten. Die kriegen ihr Fett schon weg. Unterschätzen Sie sie nicht. Die Kerle sind gut ausgerüstet und haben einen nervösen Finger. Achtung, wir erfassen Radarsignale ein paar Meilen von ihrer Position entfernt. Sieht nach Kampfhubschraubern aus. Die Dinger zeigen ihnen zu Genüge, welche Verbindung Watchgate hat. Die Wurschen sind ernst zu nehmende Gegner. Die Helis bewegen sich langsam, fliegen aber in ihre Richtung. Halten sie besser die Augen offen. Also ist unser Gegner sehr stark bewaffnet. Was haben wir in der Luft? Unsere Flugzeugträger liegen vor der Küste und leihen uns ein paar Maschinen. Direkte Bodenunterstützung haben wir nicht. Wir haben zwei Jäger am Start. Südlich von ihnen auf 6000 Metern. Die warten auf ihren Befehl. Sie sind der Notfallknopf, falls wir seltener auftauchen. Aber nur wenn es wirklich ernst wird. Okay, da schon werden wir noch so besser genug. Mehr haben wir derzeit nicht. Viel Glück Leute. Auftauchen. Verstanden, Hunter Ende. So, Hunter Ende. Nehmt die Drohne, markiert die Ziele. Zwei Schützen. Zweites Ziel. Bin dabei. Sag was. Legt jetzt an. Hier ist noch einer. Zwölf Uhr. Bin dabei. Schussbereit. Schussbereit. Drohne. Jawoll. Aktiviere Tarnow. Auf dem Weg. Was ist denn da? Was ist denn da? Mach mir das nicht, was ich. Be 뒤에 etwas dauert? Das ist ja. Was ist denn da? Du bist Gott. Ich bin da. Du bist kein sheriff. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Klar zu Feuer. Bereit, auf dein Signal. Auf dein Zeichen. Gruppe! Gruppe! Sieht nach Notbesetzung aus. Beim Null-Selt-Schnellweg. Bereit, auf dein Signal. Ich bin Ruhe! Die Vier. So, äh, ich komme mal raus. So, dann machen wir mal. Und auf. Der Begriff hat das gleiche entdeckt. Gegner sucht Deckung! Direkt vor! Bin auf der Weg! Komm, kaputt! Ich halte sie am Boden! Am 2 Uhr! Es ist ein Töchter! So, drei drücken. Oh! 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 Oh, 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 oh! Oh! Oh, 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 oh! Oh! Vier gerät! Link, link von dir! Weg ist das Null-Selt-Selt! Oh! 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 so ist sicher und go 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 mal gucken ob das agent zykes ist hoffen wir es mal wir haben besucht schützt den vip diamantformation so ist es So, alle liegen. Ist optimal. Ich bin immer gespannt, wie ihr Luftfahrt bekommt. Luftfahrt schon mit 7. Und alles geht kaputt. Deswegen liege ich die US Army. Gefahr neutralisiert. Dann gucken wir mal, was hier alles rumliegt. Agent Sykes sieht auch nicht mehr so topfit aus. Overlord, hier Hunter. Paket gesichert. Verstanden Hunter. Der Hangar scheint eine Art Unterbau zu haben. Sammeln Sie sich dort zur Abholung. Okay, Overlord. So. Ziel ist es, hier Sykes rauszubringen. Aha. Okay. Ich muss zurück. Wieder zurück in die Stadt. Sir, ich denke, Sie haben sich einen freien Tag verdient. Nein, Sie verstehen nicht. Nein, Sie verstehen nicht. Diese Typen, diese Söldner gehören zu etwas Großem. Ich glaube, die wissen selbst nicht, wie groß. Haben Sie das Schwarze auf Weiß? Ja, sicher. Ich beobachte sie schon lange. Aber die wurden gewarnt. Ich habe die Akten versteckt, bevor sie kamen. Und wo sind Sie interessant? In einem Kofferraum. Der Wagen steht an einer Tankstelle im Norden. Overlord, Hunter. Der VIP hat wichtige Unterlagen, die wir brauchen. Im Norden, in einem Fahrzeug an einer verlassenen Tankstelle. Verstanden Hunter. Warten Sie. Wir scannen. Ich brauche eine Waffe. Dann bringe ich sie hin. Negative Sir, Sie gehen nach Hause. Wir holen Ihre Sachen. Ich bin Ranger. Ich komme klar. Sicher. Warum meine Team-Mates? Hunter, wir haben immer noch viel Aktivität am Boden. Was haben Sie vor? Hunter sichert die Daten und drückt zur Ausweichlandezone vor. Verstanden. Wenn Sie wieder reingehen, dann tun Sie es besser schnell. Verstanden. Wir haben das alles vor. Hunter aus. Wir haben das alles vor. Danke. Danke für die Hilfe. Wollen Sie das bitte? Wird der Heli abgeschossen oder so? Ne? Noch nicht? Okay. So. Dann denke ich mal. Mach ich hier einen Cut? Weil wenn wir jetzt wieder da reingehen, dann... Hm. Hm. Naja, ich sag mal... Dank fürs seziren. Schaltet ein, wenn das heißt. Let's play Tom Klassis Ghosts Reak Future Soldier. zu einer weiteren folge dann vielleicht habe ich nicht dann noch gesprächiger hoffentlich naja das was sie trotzdem bei